Leute, willkommen zu einem ganz kurzen, aber sehr, sehr wichtigen Informationsvideo zu X-Defined. Und damit springen wir direkt in die Gaming-Szene. Doppelte Waffen-XP sind ab jetzt 19 Uhr. Ich nehme das um 20 Uhr am Freitag, den 24. auf. Und diese ganze Geschichte geht bis zum 28.05. um 19 Uhr. Das heißt, wir haben Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag vier volle Tage doppelte Waffen-XP. Ich kann jedem nur raten, der Bock auf X-Defined hat und ein bisschen die Waffen zu leveln, weil das Waffenleveln dauert wirklich sehr, sehr lang, muss ich sagen. Es gibt hier und da zwar gute Modi, wo du das ein bisschen ziehen, also ein bisschen schneller beschleunigen kannst, weil die Runden sehr, sehr lang gehen. Aber doppelte Waffen-XP ist ein Muss. Wer jetzt tagesaktuell um die Uhrzeit rund um 20, 21 Uhr zum Freitag dieses Video sieht, schaut gerne auf YouTube oder Twitch vorbei. Ich streame ein bisschen, ein bisschen Community-Games ganz spontan, wer also Bock hat mitzuzocken. Schaut einfach vorbei, edit mich einfach, sagt Hallo, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Wir sehen uns dann eventuell gleich auf YouTube oder Twitch im Livestream. Das war es von mir. Ich wünsche euch schon mal ein richtig fettes, geiles Wochenende. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.